die scheiße sag ich so wie hast du das jetzt eigentlich steht der weiten geheimer gegner der hat mich getötet was was hast du gemacht guck dir am besten gar nicht an ich habe mich hat ein steiner schlag aber das ist doch nicht dass ich würde sagen da kommt ja noch was nach oder war das jetzt hier auf jeden fall kommt noch mal allerdings doch ist es doch da war doch keine brücke oder doch weil wir dazwischen ich würde sagen wieso war es da hell das war doch immer dunkel okay so du musst es jetzt reißen wieso nicht weil du das schwein hast steuern ist das jetzt welche schwein ich sehe gar nicht die stadt bei mir auf ein schwein ich habe ich habe ja nicht gesehen bei mir war noch die vorsequenz scheiße ich lebe noch töten die schweine ein oder oder steine sind was machst du denn wieso was habe ich denn gemacht wenn du bist gestorben naja schon vorhin ich war gar nicht wieder da na klar ich habe dich doch befreit da muss ich nicht mal gucken ach das kann man auch nicht ab es ist ja wieder ein traum jetzt muss ich befreien und habe hier so ein heilender fuzzi ich vermute mal dass steine irgendwie vielleicht laut der bibel oder sowas in der hölle mit sind ich habe keine ahnung den tod lauf links ja und darunter darunter jetzt jedoch ja und jetzt hau zu doch ja wie willst du sonst machen ja aber aber ich hätte jetzt irgendwie ob das wieder irgendeine stelle gibt wo der anfälliger ist das kann ich sag mal christus irgendwie heute noch hin aber mit dem filter schafft es doch ja mein lieblingscharakter ich bin tot nehme ich nicht bin oben wo bin ich denn bin doch tot oder wo bin ich denn ich stehe da unten ich bin tot ich überlebe noch ich wollte sagen wir stehen ja noch hier was jetzt passiert jetzt kommt er doch wieder runter ja aber ich dachte jetzt macht er sind strahlend jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch durch das ist kacke ohne sein körper jetzt eigentlich ich habe nämlich wieder wieder eigentlich der erholt körper oh 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 was mit jüdisch los kommt kommt hoch und ich muss ja runter macht noch nicht ein strahl macht nicht weil er seine kummer hat schon gut runter gekriegt jetzt musst du es richten ich frage mich gerade warum ich jetzt erst jetzt gerade wiederkommen das verstehe ich auch tatsächlich nicht befreie mich doch nicht deswegen nicht wieder nicht gut ja 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 das hast du nicht nötig schon geschrieben du bist ein guter spieler oder irgendwie so was ich bin topspieler ja ja ich bin ein topspieler ich hatte aber james bond war sowieso doof da hast du nicht besseres also lassen wir jetzt den körper in ruhe oder was ich komme nicht hoch scheiße diese grüße nicht hoch gegangen ja das ist ja gut sehr gut weg 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 da nein 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 ich dachte das überlebt scheiße nein nein ob man das ding kaputt ne du kannst du kannst eine gewisse schicht kaputt machen dann sagt er noch nicht runter ne was ich jetzt mein ist ob man nein wie alter warum warum mein kontrolle reagiert ja genau das ist der kontrolle schuld ne ob man ob man die kanone von ihm da oben auch kaputt machen kann vielleicht ja ich habe ja die leuchtet links und rechts die backen hatte ich ja schon kaputt gemacht echt scheiße ich sagte richtig ich wusste dich ja wohl befreien ja er rastet ihr komplett aus ja sehr gut sehr gut sehr gut weiter weiter weg weg jetzt links links rinder nein ja alles gut aber wir kommen hier nicht durch oder das problem ist du musst aber den körper doch einmal durchschießen einmal ja aber nicht so ganz kaputt damit es nicht runter sagt weil ich habe dass sie viel so weiter runter sagt macht er seine säure attacke nach unten und die macht davor glaube ich nicht ich muss mir jetzt erstmal konzentrieren dass ich hier nicht tot gehen wo das erste mal schafft hat wo auch cool ne ja richtig cool ist auch so wo du den manniken nö wir wollen alle leben also verlass das hier nicht auf dich achso da gibt es auch noch unterschiede ja wie macht denn er das macht er jetzt immer einmal komplett rum ja gar nicht so schwer eigentlich oder wenn man das jetzt so belassen kann du kommst nicht aus dem tritt raus das ist gefördert was er geht schon los ja du hast das gesagt das darf man nicht äh was ist denn verkehrt macht doch den gleichen ablauf wie sonst immer das ist nicht so einfach mensch hier fängt er wieder an mit umspielerei das mache ich doch nicht mit absicht Junge nicht 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 oh das geht jetzt nicht auf die kette oh nein ich komme nicht mehr hoch ich kriege ich kriege es nicht mehr hin mann was ist denn da wieso geht das denn nicht mehr äh ja irgendwas ja war das jetzt äh nein ich weiß nicht was ich anders gemacht hab deutsch nein oh scheiße ja aber wie komme ich naja das ist doch pille palle äh nervös ist er ich scheete den bosskampf alter jetzt ist er einfach ich musste unten drunter oder was ich musste unten drunter ja jetzt lass los lass los jetzt müssen wir wieder hoch kommen ah lagen wirkt wie sie hat er los gelassen bleibt hier unten drunter da kommen die dinger wieder runter ja ich bin doch in seinem körper hier naja seine backe schon weggeschossen äh das ist nicht mehr viel ich hab das hier für die viecher oben machen wir ich bin tot nein 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 was ist denn jetzt so verkehrt gewesen ey hätte ich mich nicht mal doch geholt noch kacke nein nein ey der hatte vielleicht zwei Schüsse noch aber du weißt jetzt wie es geht ne jetzt kannst du es mir nach machen äh am Arsch ne also erst mal da oben das ding auf alle fälle eigentlich bräuchte man echt jetzt diesen diesen diese fliege weil mit der kannst du ja easy peasy eigentlich ihn umrunden wieso mit der fliege na weil die doch fliegen kann ne die kann nicht fliegen ne die kann nicht fliegen die die klare klagen da hast du mir doch ja zeig wie die fliegen kann äh wat bist du jetzt doof oder wat also ich weiß grad nicht was du mit fliegen meinst oh jetzt geht das jetzt haben wir problem jetzt ok jetzt zeig was ich dir gelernt habe was ich dich gelernt habe na ich bin ja wieder da ey wieso bin ich jetzt ruhiger ey wo bin ich denn jetzt oh shit ey das haben sie ein bisschen blöd gemacht dass du einfach aufgrund der größe des levels den überblick dann verlierst manchmal wo dir gleich die unterstützung dann kannst du mit 3 schießen das mit dem rausspringen ist nicht so deins ne nein es ist nicht meins nein ein zwei schüsse werden ja ich wollte eigentlich bin ich für dich hier wirst du weil dann schaffst du es nachher und dann kannst du sagen oh ich habe die boss kommt geschafft bla 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 deswegen würde damit geht es auch hier mit dem hier deswegen habe ich es nicht gemacht was ja damit du den boss am ende besiegen kannst du bist planning damit du ein gutes gefühl krieg kommst du im erst mal den anderen her ich bin tot hehehe..... das hat doch bisher nie dass wir hatte bisher im besten geklappt wenn wir alleine waren oder wo scheiße ich komme doch da wieder nicht oder ich komme nicht hoch was ist denn da so ja was machst du denn da naja mit in die wieso kommt jetzt gar nicht runter aber ich habe nicht genug kaputt ist hier aber jetzt müsstest den kompletten körper dass wir runterballern quasi die schicht wo nicht so eine wahlbezeug ist die muss komplett weg aber ich bin mir mit so ein gescheitert was passiert weiß ich auch nicht controller irgendwie die verfügung verloren du hättest es wohin gehabt ich das darf ich mir bis jetzt eine ewig fliegen hast du das jetzt echt schon wieder vergessen sind jetzt ja ich könnte so nicht sein ich könnte so nicht sein dann fliege ich jetzt direkt rüber oder was machen mach ja besiegt ihn ja schönen dank schon tot und wenn ihr fall in der strahlung ich zurück die zurück und hol mich zurück es wird ja wieder nicht gut hin da hat das schon die fliege und verkackt ich wollte sagen könnten wir schön testen der zu feuer das ist natürlich scheiße jetzt kommen wir runter da durchschieben er ist doch easy nein so easy ist es nicht du machst das schon so richtig das ist gar nicht viel ja er macht auf jeden fall wesentlich mehr damage eigentlich geschieht das gerade das spiel weil in der zeit was der jetzt macht das eigentlich mit bestimmten sequenz ja komm jetzt ist ja wohl machbar ich wollte dich eigentlich holen weil ich angst hatte dass die mich wieder töten am ende hätte ich jetzt natürlich auch alle deine spezialbomben zünden können hätte es ein bisschen hochgejagt erst dass sie sagt dass das jetzt zum ende wisst du willst du willst auch ich nicht weil du weißt aber wie nervös ich da immer bin wenigstens schon zweimal fast besiegt und du ich kann nicht sehen dem loch und was kann ich denn dafür ja weil du den bildschirm fest jahren hast wenn ich dann so was macht er denn die bomben kannst du selber zünden und hier aber wirksam hat die hat die bagge weggesprochen gesprengt oder was ja dann muss ich auch zünden oder nicht mache ich doch die ganze zeit wird mir wird bei mir eine zeit macht der strahl kaputt macht der strahl kaputt ist doch die ist nicht kaputt sie hätten jetzt lieber so viel aus jetzt kein scheiß mach jetzt kein scheiß jo jo strahl ist weg pass auf die dinger von oben ich komme nicht weg jetzt runter und nun nein wir machen tot ach so ich dachte schnitts worte mit platz hier kommen mit einem spezialfähigkeiten im alter ja die ich mache doch also wirkte da unten nur noch hin jetzt hast du weg bleib cool jetzt bleib cool er war jetzt nicht so schlimm sagt er der hat noch nicht durften bis wüsste ich hab dir doch nur den weg bereitet ich hab den endboss besiegt noch nicht zu früh freuen wenn wir es noch kommt irgendwie dauert mir das zu lange gerade ne der passt schon der lacht aber oh na 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 0 gibt es auch noch gut dann war ja schon folgendes hier ich hab's drauf werde ich bloß mal sagen naja du hast